Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch mal ein etwas anderes Infovideo zusammengestellt, in dem wir mehr oder weniger uns mal andere YouTube-Kanäle angucken. Mal zu einem ganz neuen Thema, das wir hier auf dem Kanal so noch nicht behandelt haben. Doch allerdings ist mir hier was sauer aufgestoßen, dass ich euch unbedingt mitteilen möchte und sogar mitteilen muss, dass ihr darüber Bescheid wisst, was eigentlich so ganz genau bei uns in der EU gerade so abgeht. Bei der EU-Kommission scheint dem einen oder anderen so richtig langweilig zu sein. Und der dachte sich zunächst, jetzt machen wir mal Artikel 13 und nur über Rechtsreformen. So, das Ding ist durch und man hatte uns versprochen, es kommen keine Upload-Filter. Die Upload-Filter waren da. Jetzt kommt der nächste Kracher von der EU-Kommission. Die planen nämlich die große Chat-Kontrolle und das könnte das Ende des digitalen Briefgeheimnisses sein. Es ist geplant, dass WhatsApp und Co. jederzeit eure Messages überwachen müssen. Natürlich unter dem Deckmäntelchen der Verhinderung von Kinderpornografie. Da ist wirklich eine ganz schlimme Sache geplant in meinen Augen auf EU-Ebene. Und manche wie Apple, die laufen schon voraus und setzen das schon so ein bisschen um. Die haben jetzt einen Nacktfotoscanner, der dem, was bei der EU da geplant ist, schon verdächtig nahe kommt, aber in entscheidenden Punkten sich dann doch wieder unterscheidet. All das und mehr zeige ich euch in diesem Video. Das ganze Video gucken wir uns jetzt hier natürlich nicht an. Ich habe euch die Links zu den Videos, die ich euch heute kurz anschneide und kurz zeige, unten in die Videobeschreibung gepackt. Das heißt, wenn ihr die Vollversion der Videos, die ich euch eben zeige, komplett anschauen möchtet, ihr klickt einfach unten direkt auf den Link und ihr kommt direkt zum Video. Was ich euch eigentlich hiermit zeigen oder sagen möchte, ist, dass wir gerade, tja, alle irgendwo in Gefahr sind. Denn es soll tatsächlich beschlossen werden, dass all unsere elektronischen Geräte zu 100% überwacht werden. Unter dem Deckmäntelchen der Kinderpornografie. Natürlich ist dieses Thema an sich erstmal ja schon lobenswert, dass man da etwas tun möchte. Nur das Problem ist, dass wir hier alle unter Generalverdacht gestellt werden und es eigentlich nicht wirklich um dieses Thema geht, sondern einfach nur darum geht, dass man eure Nachrichten mitlesen möchte und eure gesamten Kommunikationsverläufe. Das bedeutet das absolute Ende des Briefgeheimnisses im Internet. Und ich glaube nicht, dass wir, ja, so etwas hier in Deutschland haben wollen. Denn wenn das eintritt, äh, oder eintrifft und eintritt, ja, dann ist der Upload-Filter, den wir hier schon bei YouTube spüren, nichts mehr dagegen. Tja, man merkt sehr öfters mal, dass Kommentare verschwinden. Das hat natürlich mit künstlicher Intelligenz zu tun, die bestimmte Wörter oder bestimmte Satzzusammenbauten nicht mag und diese dann erstmal rausfiltert, ohne dass man sich dagegen wehren kann. Und ohne, ob es jetzt einen tieferen Grund hat oder auch nicht. Dazu reicht einfach nur die Übereinstimmung von bestimmten Parallelen, warum euer Kommentar nicht mehr angezeigt wird. Und ich glaube nicht, dass wir so etwas auf unseren Mobilfunkgeräten haben möchten oder auf sonstiger Elektronik, wo wir dann in die Totalüberwachung übergleiten. Ich habe euch dazu noch einen Ausschnitt von einem anderen YouTuber mitgebracht. Die EU-Innenminister wollen, dass die Betreiber von Telekommunikationsdiensten, also unsere freundlichen Feinde von WhatsApp, Instagram, Facebook, Google, YouTube, Signal, Threema, Telegram, TikTok, Vine, alle unsere Posts, Fotos, Videos und natürlich auch private Nachrichten proaktiv auf Hinweise von Kindesmissbrauch und Pornografie untersuchen. Also Kinderpornografie. Das klingt ja erstmal nach einer guten Sache, oder? Wir dämmen proaktiv, also bevor ein Verbrechen verübt oder ein Schaden verursacht wird, die Möglichkeit dafür bereits ein. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich verhafte Sie wegen des zukünftigen Mordes von Sarah Marks. Ich legte mir einen Zett ein. Die Zukunft ist vorhersehbar. Aber warte mal, gibt es da nicht vielleicht etwas, das verhindern soll, dass unsere Privatsphäre ohne unser Wissen ausspioniert wird? Ich meine, da gibt es was. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe da schon mal was gehört, was genau in diese Richtung ging. Die Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung. Ja, aber das kann es ja nicht sein, weil die kommt ja ebenfalls von der EU. Also denselben Leuten, die jetzt genau das Gegenteil wollen. Und genau so sieht es aus. Über die Datenschutzgrundverordnung haben wir ja hier schon ziemlich oft gesprochen. Dass dieses tolle Mysterium uns ja vor irgendwas schützen soll. Ja, genau. Da war ja was. Es soll uns schützen vor Datenmissbrauch. Die Datenschutzgrundverordnung soll uns davor schützen, dass nicht alle Daten von uns irgendwo im Netz rumschwirren. Nun ja. Und nun die gleichen Leute, die sich diese Datenschutzgrundverordnung haben einfallen lassen, möchten jetzt alle unsere Daten. Hm, darüber sollte man mal nachdenken. Ich habe euch noch einen Ausschnitt mitgebracht, der das Ganze vielleicht ein kleines bisschen weiter verdeutlicht. Alex und Bianca führen eine Fernbeziehung und sehen sich für einen begrenzten Zeitraum nur jeden zweiten Monat, da Bianca als erfolgreiche Geschäftsfrau aktuell im Ausland arbeitet und Alex sein Studium in Deutschland beendet. Die Sehnsucht der beiden ist ziemlich stark und deshalb beschließen sie einvernehmlich, sich Bilder mit, naja sagen wir, Minimalbekleidung zu schicken. Für ihre 34 Jahre sieht Bianca noch sehr jung aus. Ganz im Gegensatz zu Alex, der mit seinen 28 Jahren, seinem Vollbart und grauen Haaren schon wie ein älterer Herr aussieht. Auch der Größenunterschied der beiden ist schon beachtlich, denn Bianca ist mit ihren 1,55 Meter 30 Zentimeter kleiner als ihr Freund. Was beide nicht wissen ist, dass sich neben ihnen noch ein dritter die freizügigen Bilder von Bianca ansieht, nämlich Herbert, ein 54-jähriger Sachbearbeiter bei der Polizei, dessen Auftrag die Bearbeitung von Missbrauchsfällen ist. Wie kommt der denn zu diesen Bildern? Nun, da Bianca ein sehr kindliches Äußeres besitzt, hat der Algorithmus des Messengers ihr Bild als illegales Material eingestuft und der völlig übermüdete und frustrierte Mitarbeiter Mark hat den Fall direkt an die Polizei weitergeleitet. Ach, sollen die sich doch drum kümmern. Was weder Alex, noch Bianca, noch Herbert wissen ist, dass Mark mit den Bildchen, die ihm von dem Algorithmus zugespielt werden, heimlich Handel treibt. Aber egal, ich hab doch nichts zu verbergen. Diese Situation könnte sich vielleicht schon bald nicht mehr nur in einem dystopischen Zukunftsszenario aller 1984 abspielen, sondern im Hier und Jetzt. Mitten in Europa. Grund dafür ist die von der EU-Kommission geplante Chat-Kontrolle. Was genau dahinter steckt, wie sie funktioniert und warum sie den Opfern, die man ja eigentlich schützen möchte, eben nicht hilft, erfährst du in diesem Video. Wer mehr dazu erfahren möchte, drückt einfach auf die Links unten in der Videobeschreibung. Ich hab euch das Ganze extra reingepackt, damit ihr euch die Vollversion der Videos komplett anschauen könnt. Ich hab hierfür natürlich kein Geld bekommen und habe auch keine Kooperation mit diesen YouTubern, die ihr hier im Video gesehen habt. Die Kanäle sind vollkommen von mir frei ausgewählt und haben nichts mit irgendwelchen Absprachen zu tun. Ich wollte euch lediglich darauf mal hinweisen, dass hier etwas total verkehrt läuft. Die tolle Datenschutz-Grundverordnung, die uns eigentlich helfen soll, soll nun in einer Chat-Kontrolle enden, die direkt auf unseren Geräten installiert wird. Und alles, absolut ausnahmslos alles, was wir miteinander, untereinander teilen, im Privaten sowie auch im Öffentlichen, möchte der Staat vorsorglich über eine künstliche Intelligenz mitlesen. Das bedeutet, da muss kein Mensch sitzen, da muss keine bestimmte Person sitzen und darauf warten und all eure Chats mitlesen, dass ihr da irgendwas Illegales schreibt. Da reichen bestimmte Triggerwörter, wie in den YouTube-Kommentaren, die einfach so verschwinden. Und in diesem Fall werden die Nachrichten nicht verschwinden, sondern direkt an die Polizei weitergeleitet. Und tolle Datenschutz-Grundverordnung. Das war's. Mehr wollte ich euch nicht mitteilen. Bildet euch eure eigene Meinung, schaut euch die Videos dazu genau an und, naja, auf jeden Fall sollte sich da ganz schnell etwas dran ändern. Das neueste Video ist vor ein paar Tagen online gekommen, was dazu gemacht wurde. Bis das Infovideo von mir veröffentlicht ist, ist auch wieder ein kleines bisschen Zeit vergangen, aber ich lasse das auch so in meinem Programm, wie es vorher gesehen war. Also die Veröffentlichung von diesem Video. Wir haben heute das Datum, ich schau mal eben kurz, den 16. Juni 2022 um 14.36 Uhr. Bis das Video online kommt, vergehen tatsächlich nochmal sechs bis sieben Wochen. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass man dieses Video einfach nur nochmal als Erinnerung auf die anderen Videos, ja, reuploadet und ihr darüber Bescheid wisst. Und das war's auch schon mit dem Infovideo. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.